Hallo und herzlich willkommen zum Wetter hier bei wetter.net. Sommer ohne Ende. Bereits seit Wochen, wenn nicht sogar seit Monaten herrscht in Deutschland Sommerwetter. Ja und dieses Sommerwetter geht auch in den kommenden 10 bis 14 Tagen weiter. Mindestens bis Ende bzw. Anfang August. So wollen es zumindest die aktuellen Wettermodelle. Schauen wir uns mal den heutigen Mittwoch an. Auch der bringt vielfach sonniges und sehr warmes Wetter. In weiten Landesteilen ist der Himmel heute wolkenlos. Stellenweise kann es hier mal ein paar Wolken geben. Etwas dichter bewölkt sieht es dagegen hier im Osten aus. Hier kommen die Wolken von Tiefhalina reingezogen und die bringen stellenweise an der deutsch-polnischen Grenze sogar etwas Regen. Sonst bleibt es aber heute trocken. Am Donnerstag geht es dann insgesamt sehr freundlich weiter. Es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken und die Temperaturen erreichen 24 bis 32 Grad. Sehr sonnig und sehr heiß geht es dann auch am Freitag in die nächste Runde bei Temperaturen zwischen 25 und im Südwesten teilweise bis zu 35 Grad im Schatten. Das könnte damit dann auch der heiße Tag des Jahres werden, zumindest des bisherigen Jahres. Ja und später gibt es dann auch hier mal am Abend einzelne Schauer und Gewitter. Gewittrig geht es dann auch vor allen Dingen im Süden am Wochenende weiter. Bei 24 bis 32 Grad bleibt es aber hochsommerlich warm. Und auch der Sonntag bringt im Süden immer wieder Schauer und Gewitter. Teilweise sind auch kurze Unwetter mit dabei. Und sonst gibt es viel Sonnenschein bei Temperaturen zwischen 23 und teilweise 30 Grad im Schatten. Ja und nächste Woche, da geht der Hochsommer einfach weiter. Es gibt viel Sonnenschein, es bleibt überwiegend trocken und die Temperaturen erreichen am Montag bis zu 31 Grad und am Dienstag sogar wieder bis zu 33 Grad im Schatten. Tschüss, bis bald.